Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Wir wollten noch mal auf die Paxi Perspektiva, das ist die schwerste der Strecken. Und bevor wir uns an der noch mal versucht haben, ging es dann aber erst noch einmal auf eine rote zum Einfahren. So, das ist noch mal die Michi Dirou, das Mauseloch. Das ist einer der kurzen Trails, das ist nur ein Anschluss oder ein Vorplatz von einer der Paxi. Macht aber trotzdem immer mal richtig Spaß. ? ? ? ? ? ? ? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 so einstieg patschi perspektive lore probiert das jetzt diese kurve ist recht eng und auch gleich abfallend und wirklich schwer also für mich noch nix aber lore hat sich probiert und dann doch einige versuche gebraucht um die kurve dann zu schaffen nach mehreren versuchen hat lore dann erst einmal die nächste passage wieder gefahren bevor er sich dann weiter an der kurve oben zu schaffen machte du hast einen kurzen moment vorm kippen super und nachdem die beiden jungs das gezeigt haben wie es geht hat lore dann doch noch mal probiert und ja genau super mit zimmer vor bist du auch schon mal hier runter ne also holst du dir jetzt den mut von mir gucken wer wir gleich sehen ok das schaff ich jetzt oh Ich bin drauf gekommen, zwar mit ein bisschen hakeln, aber hat schon gepasst. Pass auf, das ist der Stein, ne? Pass auf. Meine. Meine. Woop. Nein, wir müssen nach hier, nach rechts jetzt. Okay? Okay. Okay? Okay. 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 Gucken, ob alle durchgekommen sind. 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 Der Abschnitt ist eher wie rot. Gucken, ob alle durchgekommen sind. Da sind wir auch schon wieder am Ende von dem Video angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.